Hi Leute, wer meinem Kanal schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich hier sowohl Softwareentwicklungsthemen als auch Data Science Themen behandle. In dem Job muss man sich in der Regel aber für eins dieser beiden Themenfelder entscheiden. Solltest du dir darüber Gedanken machen, welcher Berufszweig denn für dich der richtige sein könnte, möchte ich dir mit diesem Video hier eine kleine Hilfestellung bieten. Zunächst mal sollten wir vielleicht unterscheiden, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Data Science und Software Engineering. Ein Software Engineer oder Softwareentwickler ist ein Computerprogrammierer, der eben Codezeilen schreibt und in der Regel recht viel davon und mit verschiedenen Programmiersprachen arbeitet und dann eben User Interfaces baut, Backends baut und eben auch sowas wie eine Softwarearchitektur für sehr komplexe Systeme baut. Im Bereich Data Science arbeitet man wenig anders. Dort versucht man eben aus Daten Wissen zu generieren und businessrelevante Erkenntnisse zu gewinnen. Und hier sieht man auch schon eine Definition, wo der Unterschied ist. Im Bereich Data Science ist man eher so der Entdecker und versucht eben sich in Datensätze einzuwühlen und durchzukämpfen und Insights zu generieren. Und im Bereich Software Engineering ist man eben derjenige, der baut. Also man kann das Ganze so ein bisschen einteilen in Entdecker-Mindset versus Build-Mindset. Was eher zu einem passt, finde ich, kann man immer ganz gut herausfinden, wenn man so ein bisschen in sein inneres Kind reinguckt und sich überlegt, ist man eher der gewesen, der lieber irgendwie Gold finden wollte oder irgendwie der Entdecker war oder war man eher der, der irgendwie Legosteine gespielt hat und Burgen gebaut hat oder sowas. Also das, finde ich, beschreibt recht gut die Unterschiede. Also Entdecker versus Build-Mindset. Leider reicht Neugierde alleine nicht aus, um in diesen Bereich reinzukommen, sondern es gibt verschiedene Eintrittsbarrieren. Im Bereich Data Science ist diese relativ hoch. In der Regel braucht man für einen Data Science Job mindestens einen Master, oft genug auch einen PhD. Als Software Engineer reicht auch ein Bachelor oder auch eine Ausbildung. Die andere ist natürlich auch weiterhin ein Master gesehen, aber hier ist eben die formale Hürde bei weitem nicht so hoch. Das heißt, wenn du keine Lust hast, wirklich sehr, sehr intensiv und lang an der Uni zu sein, dann ist wahrscheinlich Software Engineering das Bessere für dich. Wenn du sehr gerne forschst, dann wahrscheinlich eher Data Science. Ein Job kann natürlich noch so spannend sein. In der Regel will man natürlich auch trotzdem ordentliches Geld verdienen und deswegen gucken wir uns jetzt auch mal an, was man denn im Bereich Software Engineering und Data Science verdienen kann. Wir gucken uns einfach mal die Gehaltsspanne von einem Data Scientist und von einem Softwareentwickler an und wie man hier schon sehen kann, ein Data Scientist verdient im Schnitt 63.100 Euro, ein Softwareentwickler im Schnitt 61.176 Euro. Das heißt, die Unterschiede sind relativ gering, Data Science ein bisschen mehr. Ein Grund, warum man als Data Scientist eventuell auch ein bisschen mehr verdient, ist, dass Data Science auch nur bei größeren Firmen möglich ist, weil man braucht ja schon eine gewisse Infrastruktur mit bestehenden Datentöpfen, damit man überhaupt Data Science machen kann und das haben kleinere Firmen nicht. Als Softwareentwickler kann man auch bei ziemlich kleinen Unternehmen arbeiten, die dann in der Regel natürlich nicht so gut bezahlen, wie jetzt Konzerne. Das nächste Thema ist das Thema Coding. Je nachdem, wie du interessiert, du daran bist, eben Code zu schreiben, solltest du dir vielleicht auch Gedanken machen, was das Richtige für dich ist. Wenn du eher wenig Code schreiben möchtest und lieber mit mathematischen Operationen irgendwie hantierst, dann ist Data Science auf jeden Fall für dich das Richtige. Wenn du gerne Code schreibst und gerne auch viel Code schreibst, dann wahrscheinlich eher Software Engineering. Das Ganze unterscheidet sich auch dann noch nach den Programmiersprachen, die man verwendet. Im Data Science Bereich arbeitet man ganz viel mit SQL, weil eben die Daten in Datenbanken liegen und man muss irgendwie in die rankommen. Mit Python, mit R. Es gibt auch noch weitere Stellen, wo man dann auch mal mit Java, JavaScript, Julia oder auch eventuell mit Scala irgendwas hantiert. Das sind dann aber eher so Data Engineering Stellen. Im Bereich Software Engineering ist das Ganze noch viel breiter aufgestellt, weil es hier einfach noch mal viel mehr Möglichkeiten an Jobs gibt. Hier kann man App Entwickler sein, Spieleentwickler, Frontend Engineer, Backend Engineer. Und so vielfältig wie eben auch die Jobbeschreibungen sind natürlich auch die Programmiersprachen. Hier würden mir verschiedenste Programmiersprachen einfallen, wie zum Beispiel Java, JavaScript, C, C++, Kotlin, Swift, Ruby, Go, Dart. Also hier gibt es eben eine ganze Menge an verschiedenen Sprachen, die man jetzt nicht einfach auch mal so auf einen Job runterbrechen kann. Wie gesagt, hier hat man ganz viele Möglichkeiten und hier sollte man auf jeden Fall auch wirklich Spaß haben, mit neuen Programmiersprachen zu arbeiten und immer wieder was Neues zu lernen, was so Sprachen angeht. Ein weiteres Thema, was ich ziemlich wichtig finde, ist, habe ich die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Manche lieben es, angestellt zu sein, manche wollen irgendwann in die Selbstständigkeit gehen. Und da kann ich ganz klar sagen, Data Science ist kein Bereich, in dem man sich gut selbstständig machen kann. Das liegt daran, da Daten einfach extrem wertvoll sind und durch die Datenschutz-Grundverordnung auch extrem sicherheitsbedürftig sind. Das heißt, man kann als Data Scientist, der jetzt irgendwie extern für eine Firma arbeiten möchte, nicht mal eben an die Datentöpfe von der Firma, sondern da muss man viel tiefer in die Prozesse rein. Man braucht Freigaben, braucht Berechtigungen und das kriegt man in der Regel nicht als Externer und deswegen also relativ viele Data Scientists, die irgendwie extern arbeiten, gibt es nicht. Wenn man im Data Science Bereich irgendwie als Freelancer arbeiten will, dann müsste man eher so in die Richtung Beratung gehen. Beratung ist natürlich immer irgendwie eine Möglichkeit. Als Software Engineer ist das Ganze deutlich einfacher. Wenn man mal daran denkt, wie viele Firmen denn eigentlich irgendwie eine neue Website brauchen, oder eine App, die man dann zum Beispiel entwickeln kann. Also da gibt es eben auch kleine Firmen, wo man eben mal kleinere Projekte machen kann und da sind eben auch die Hürden, zum Beispiel datenschutztechnisch, einfach bei weitem nicht so hoch. Hier kann man dann einfach mal, ich sage mal in Anführungszeichen, Code über den Zaun werfen und eben bei einem Projekt mitarbeiten, wenn das eben beim Data Science nicht so ist. Als Software Engineer hast du natürlich nicht nur die Möglichkeit, Freelancer zu sein, sondern dann eben auch mit Domain Knowledge, die du im Verlauf deines Lebens aufbaust, dann eben auch ein richtiges Startup zu gründen und wirklich ein Produkt zu entwickeln. Das geht eben auch als Software Entwickler deutlich einfacher, weil man eben gelernt hat, Produkte zu bauen und auch produktorientiert zu denken. Also wenn Freelancing oder eben Selbstständig sein ein wichtiges Thema für dich ist, dann wäre ich auf jeden Fall eher auf der Seite von Software Engineer. So, zusammenfassend möchte ich noch sagen, das sind beides sehr, sehr tolle und erfüllende und zukunftsorientierte Jobs. Also wirklich falsch machen kannst du weder als Software Engineer noch als Data Scientist. Das sind beides Jobs, die sehr zukunftsträchtig sind, wo man gutes Geld verdient und in der Regel auch gute Arbeitszeiten hat. Also wirklich falsch machen kann man wie gesagt nichts. Wenn du dir jetzt nach diesem Video noch nicht sicher bist, was irgendwie dein Ding ist, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, einfach mal ein Praktikum zu machen und zu gucken, ob dich eher das eine oder das andere interessiert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen beziehungsweise fürs Zuhören. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gerne liken und mir ein Abo dalassen. Vielen Dank, bis dann. Vielen Dank, bis dann.